Der eine Dach macht jetzt das Kraut auch nix mehr fett, vom Pola Light. Das Hotel ist sehr gut geeignet für ältere Leute, hat hier hinten einen Aufzug, wo man mit dem Rollstuhl runterfahren kann am Pool, das ist eigentlich sehr gut. Man kann hier hinten rechts und links schön auch reinlaufen, der ist aber auch ein Rollstuhlfahrer, der ist rein gegangen, einfach traumhaft schön.